hallo ihr leben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rise of the tomb raider wir machen gerade noch mal ein bisschen nebenquests und ich werde die ressourcen jetzt zum zweiten turm runterbringen ich hoffe ihr habt jetzt alle eingepackt wäre natürlich schon cool wenn ich einfach nur so einen korb jetzt hinten dran hätte der zweite turm den muss ich jetzt mal finden eigentlich klar ich glaube schon aber kann man ja eigentlich nicht als turm betiteln bitte ach nee da ist ein turm es ist der ja darfst du aber ich soll ja auch was geben was kann ich für sie tun wir brauchen nahrung und obdach für die kampfunfähigen aus gedörtem wildschwein und pilzen machen wir notrationen es schmeckt besser als es klingt aber ich schaffe es wohl nicht genug zu sammeln wenn sie ein wildschwein finden und erlegen und auch die anderen zutaten beschaffen könnten hätten wir nahrung für alle zumindest für einen weiteren tag herzhaftes mal also ich muss sagen also ganz ehrlich wildschwein und pilze warum sollten es nicht ich finde es hört sich voll gut an ja natürlich so pilze haben wir wildschweinfleisch brauchen wir noch das brauchen wir auch noch jetzt habe ich wieder mehr quest angenommen wie ich aha hoppala hoppala ähm ich dachte ich hätte etwas damit zu tun aber ich dachte ich hätte etwas damit zu tun aber dem ist nicht so komm ich denn da hoch oh nein aua 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 ach ja ich müsste vielleicht hm ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht was war denn das jetzt hä hä also 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 irgendwie muss ich das doch ha 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 ok irgendwo muss ich es festmachen aber wo ich glaube ich bin grad ein bisschen verplant kann ich mir das festmachen wenn ich jetzt hier mal gucken was ich so hinziehen kann hier nur rüber oder ich beeile mich einfach mal hoch springen das könnte natürlich auch gehen schauen wir mal ob ich den runterfall oder oder das könnte natürlich auch gehen alter haha so jetzt bin ich hier oben und und nun also entweder ja genau da könnte ich nämlich da noch rüber ich muss da rüber ich muss da rüber nein naja mach mirs nochmal mhm mhm sehr gut hüpf meine liebe und jetzt sitzt du hier auch noch drauf ok und wie komm ich jetzt da rüber ja da kann ich auch nicht hoch hm da komm ich auf jeden Fall nicht rüber was war da? drücken sie was? ach das ah dahin hätte ich es bringen sollen ok nur kehren sie zum ersten Wachtturm zurück na gut dann laufen wir wieder zurück vielleicht finden wir ja auch noch wildschweine die wir nebenbei einsammeln können aber daran ich habe schon mal zwei wildschweine gesehen vor drei vier fünf folgen oder so und die waren da hinten behir hier waren die wo huizau guck guck mal ob die wieder da sind es war jetzt aber mutig da rüber zu hüpfen Ja. Zack. Zack. Yay. Habe ich jetzt zwei oder nicht? Ja. Sehr gut. Eins und zwei. Jetzt gehen wir nochmal schnell geschwind zur Lady da rüber. Und dann nochmal hoch zum Turm. Und dann haben wir schon jetzt an den Griff. Sehr gut. Reicht das? Ja. Ja. Dann werde ich das Fleisch mal dörren. Aber das... Das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Lara. Ich habe gern geholfen. Ausrüstung gehalten, Jägerin. Wunderherrlich. Jetzt gehen wir hoch. Läuft. Läuft. Guck, hier können wir auch noch was einsammeln. Läuft runter. Läuft runter. Läuft. Und nie. Da immer wieder... Hat der jetzt gerade irgendwas geleuchtet? Oder war das einfach nur Reflektion im Wasser? Nee. Schön. Münzen müssen wir unbedingt einsammeln. Münzen brauchen wir. Gehen wir mal da hoch. Schon mal bei einer Abkürzung bekommen. Nee, schaut nicht so aus. Ah, Mann. Journalist Herausforderungsgrad. Ja, 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 ja. Oh, was ist da los? Wo sind wir denn jetzt hängen geblieben? Ach, da. Ach, schau mal. Hier ist ein Eingang. Aha. Was ist mit meiner Steuerung gerade? Ja. Aber ich komme da nicht rein. Ich glaube, ich brauche Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer. Und was hier? Komm schon ganz aufeinander mit den ganzen Eingängen. Nee, da waren wir. Da waren wir. Ich glaube, wir bekommen jetzt auch noch mal eine Ausrüstung von ihm, wenn wir die Mission jetzt abgeben. Ich hoffe es zumindest. Nein, guck mal, ich halte es sicher. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ja. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern. Dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Oh, Kampferprobe. Neue Ausrüstung erhalten. Genau. Äh. Gumm. Wir sollten echt mal in den Basislagern gehen. Ach, das ist ja cool. Da können wir jetzt hoch. Ah, guck. Da ist noch mal eine Scheibe. Und hier auch. Schau. Meine Herren, meine Herren. Gucken wir uns mal um. Okay. Da können wir mal. Zack. Dann war das schon mal fix. Dann kommen wir dann da rüber. Das machen wir gleich mal. Alles einsammeln, was geht. Jetzt kann ich, kann ich jetzt von hier. Ah, jetzt sehe ich die natürlich nicht, gell? Oder? Doch, vielleicht schon. Ja. Habe ich getroffen. Wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da raus, bitte? Hallo? Oh, Ruhe! Oh, Ruhe! Ist das gerade jetzt immer dasselbe oder sind es immer so viele? Aber da muss ich doch irgendwie... Ach, guck mal hier ist noch eins. Sechs von acht. Oh! Aber das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Oh nein! Oh nein! Soll ich tauchen? Nicht tauchen? Hallo? Warum gehst du da nicht runter? Warum tust du da nichts? Kann man vielleicht nichts machen? Okay, da ist es wahrscheinlich nur da. Also entweder kann ich das noch nicht oder check ich gerade nicht oder es ist einfach nur da, falls ich eben reinfalle. Mhm. Okay, jetzt müssen wir mal gucken nochmal. Da liegt ja auch noch etwas. Da liegt ja auch noch etwas. Hm. Irgendwo? Muss sowas zum Lesen sein. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Ich finde einfach die ganzen Sachen nicht. Ich finde einfach die ganzen Sachen nicht. Verwirrt und verplant. Wie eh und je. Ja. Es ist ja noch so ein Ding 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 Ding. Ach ja. So. Kryptoeingang. Das ist ja eigentlich auch interessant da oben. Kommt der Eingang? Kommt der Eingang. Da waren wir ja eigentlich schon hier oben. Was ist da da mit den Wölfen? Oh nein! Oh nein! Ich bin ja auch bescheuert. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das wäre doch eigentlich geil, wenn ich mich da jetzt hochziehen hätte können. Das wäre voll cool gewesen. Was ist, wenn ich ins Wasser springe? Nix. Kann ich da hoch? Das ist ja auch ein bisschen. Nee, nee, nee. Ich möchte nicht. Okay. Ist wohl nicht. Schade. So in der Wasserfall irgendwie. Ist ein Geheingang. Kann ich das nicht dahin machen. Das wäre es. Das wäre es. Kann ich es nicht dahin machen? Guck mal, hier ist doch eigentlich ganz cool. Hier könnte ich mir nicht hin. Ich kann mir das gar nicht von unten. Äh, von oben. Das ist ja gut. Seil spannen. Vielleicht sollte ich auch auf diese Seile spannen. Man muss ja nicht überall rumkraxeln. Kleine Abkürzung. So. Juhu. Wuhu. Aber es wird immer noch zu sein. Und ich hoffe, dass es keine Wölfe kommen. Kriege ich das erst später wahrscheinlich, oder? Achso, ich muss ja da hoch. Das war... Aha. Das war hier. Wie komme ich denn da hoch? Ach, das ist ja da... Ouh. Ding, 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 ding. Das ist ja da, wo wir kommen. Komm schon. Oh man. Ich kann... Ähm... Ähm... Vielleicht kann ich von da oben jetzt nochmal... da noch ein Pfeilchen hinmachen. Hallo. Ja. Cool. Achso, dann geht das andere weg. Das ist ja doof. Ich dachte, wir können da auch zwei hinmachen. Was? Du sollst da rüberhüpfen. Nicht dran ziehen. Letz' dann. Oh. Oh. Das schaut ja aber auch eigenartig aus. Okay. Jetzt haben wir eh die ganze Zeit rumgedrödelt. Das gibt's doch gar nicht. Trödel, trödel. Trödel, trödel. Aber wenn wir dann immer mal wieder was finden, dann finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Eifriger Lerner. Sehr schön, sehr schön. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es... Schau, die Dokumente, die finde ich nicht. Wo sind denn die? Gibt's doch nicht. Hm. Ich habe echt das Gefühl, dass es trotzdem nicht weniger wird. Was wir hier alles abgrasen. Unfassbar. Unfassbar. Wo kommen wir da hin? Nein. Nein. Da kommen wir nicht hoch. Warum nicht? Warum nicht? Ich überlege, ob wir jetzt vielleicht doch mal mit der anderen jetzt mal weitermachen. sind wir mit zwei Folgen wieder vertrödelt. Das schaut auch so aus, als ob ich da irgendwo es nie hinziehen könnte. Zu mir ziehen? Hallo? Und er hier zur Kiste kommen. Ja. Ja. Nicht ganz. Hallo? 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 Hüpf, hüpf, hüpf. Nochmal. Probieren wir nochmal. Das wäre natürlich cool, noch zum Abschluss. Ist eh schon wieder Zeit. Ein kleines Kistchen noch. Und dann? Oh, wie komme ich denn da rüber? Ah, komme ich überhaupt rüber? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Dann, ähm, bleibe ich jetzt hier mal stehen. Und da haben wir auch noch was gefunden. Nee, haben wir nicht gefunden? Na gut. Doch, haben wir was gefunden. Guck. Ach, den muss ich auch noch einsammeln? Nee, oder? Oh, nee. Müssen die alle einsammeln? Ach, das ist so blöd. Ups. Na gut. Wir bleiben jetzt hier mal stehen. Bedankt mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschau.